Man ist mal so versucht, die anzumotzen. Und jetzt kriegt er sie doch eh. War immer noch nicht. Komm jetzt! Wow. Das ist alles in dem Desaster geendet. Lol, was rennt der auch dahin, der Horst? Aber dann überlebt er. Bauchschutz überleben die immer alle. Calm down. Calm down. Calm down. What for, huh? All we wanted was some goddamn gasoline. Ah, cool, muss ich rücken wieder. Yeah, voll ins Gesicht. Komm, Lee, jetzt stell dich mal wieder hin da, ey. Oh, ja, der war gut. Schön mit dem Knie in die Fresse. Das hat er sie irgendwie wieder angekriegt, wa? Nein. Komm, jetzt hilft mir doch jemand, oder? Muss ich noch ein bisschen fester drücken? Wie lange muss ich das denn aushalten hier? Komm schon! Eine gefühlte Ewigkeit! Ah, ich kann nicht mehr! Was muss ich jetzt machen? Nee. Da dran will ich nicht. Komm schon. Kann ich denn irgendwas machen noch? Was muss ich denn machen? Der quält mich einfach nur. Gleich kann er nicht mehr, wa? Na, links und rechts kann ich auch nicht. E auch nicht. Das hat jetzt einfach so lange, wie ich ihn nicht mehr kann, oder was? Weil ich kann das noch ziemlich lange hier. Also, weißt du, von den anderen hilft mir auch keiner so. Muss ich vielleicht noch schneller drücken? Ja, toll. Also. Ja, ich meine. No. Ich will doch nicht sterben. Was kann ich denn hier machen? Kann ich irgendwas machen? Nee, ich kann gar nichts machen. Kann jetzt mal sterben gehen. Aber ich will nicht sterben. Ja, jetzt kommt sie nämlich. Ah, lol. Sehr nice. Guter Schuss. So, links und rechts. Und rechts und links. Und nochmal links und nochmal rechts. Nee, ich lasse von ihm ab. Ich bin ja kein Unmensch, ne? Obwohl, ich hätte ihm jetzt noch schön den Killkopf einschlagen können. Ist das alles, was du hast, Lee? Du bist kein Schuss. Noch nicht. Es wird geschafft! Du bist ein Schuss. Es wird durch das Zeig? Es wird durch das Zeig? Jutta alle vertreten. Sie sind beide tot. Was hast du getan? Was hast du getan? Ach, den sehen wir bestimmt noch mal wieder. Nee, ich gehe hier hin. Ja, ich bin mal ein guter, aber ihr wollt alle sehen, wie ich den töte, aber mache ich jetzt nicht. Haha. Nee, ich bin doch ein Mann. Steht jetzt eh, der wird jetzt gefressen. Passt auf. Jetzt kommt gleich seine Mutti. Die gehen da so sehr und ruhig, da sind voll viele Zombies. Tja, die kommen eh. Brauchen mich nicht drum kümmern. Da kommt seine Mutter, da unten rechts. Tja, aber ich glaube, das war es dann mit Episode 2, wa? Ist es so? Toll, jetzt sind wir wieder back at the Motair gleich wahrscheinlich. Ja, das war ein kostspieliger Trip so. Zwei tot. Super. Hätten sie ruhig mal ein bisschen waschen können dahin links, oder? So, der hat Zombie... Ach nee, ist ja kein Zombie-Blut. Oh ja. Oh ja. Und Clementine hat sie auch. Oh, das ist meine Schuld. Ich panischte, aber sie nicht zuhörst. Oh... Es funktioniert nicht. Hast du es keinen Vorteil, Dud? Es ist nur ein basisches Camcorder, ein Schiffshort. Lass mich es aussehen und sehen, ob ich es funktionieren kann. Wie geht's dir? Ich werde gut sein. Ich bin nicht so jung, wie ich damals war. Lieber, geh vor und gib mir und Lea etwas. Jetzt ist er die Gefahr, wenn er nämlich stirbt. Es wird Fallout. Was? Für die Mutter von Lillie? Ja. Ich denke so. Was denkst du? Du hast Larry gebetet. F*** dich, Mann. Du bist vor mir. Warum hast du meine Beine? Ich habe deine Frau und Keith gebetet. Nein, ich habe sie gebetet, indem du Larry nicht uns gebetet. Ich kann es nicht mehr machen. Na, er dreht ein bisschen ab, ne? Ja, glaube ich auch. Kannst du mir einfach den Kopf zermatschen. Kann man das später machen, ey. Ich habe nur einen getötet. Ja, sie waren böse. Ja. 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 Das ist ein Gewitter. Da ist jetzt alles drin und die haben Glück. Vorräte und die können rumfahren und alles da drin. Nein, der Folge muss ich aber viel schleichen, ne? Schleichen wurde erst in Episode 2 implementiert. Was ist denn da? Ja. Empty. Was ist denn klar, oder? Leer. Ja. Ja. Geil, wa? Was ist denn da? Ja. 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 Welches Auto ist es? Nichts worry about that, Duck. Es ist jetzt ours. Es ist abandond, Duckie. Nichts worry. Was, wenn es nicht? Was, wenn es nicht abandond? Was, wenn es nicht abandond? Was, wenn es jemanden ist? Ja, müssen wir auch. Wir haben nichts zu essen. Wir müssen das nehmen, Clementine. Wir brauchen es, um es zu überleben. Ich bin sorry, sweetheart. Aber es ist nicht mehr über das Recht und das Schlimmste. Es ist über das Überleben. Mhm. Zu klauen. Ja, wenn die halt da einfach so stehen lassen, wo rennen die denn hin mit offener Tür? Ja, wir brauchen was zu essen, hör mal. So, nächste. Die nimmt bestimmt der Kenny. Die schwerste Kiste. Ah ne, er. Stimmt ja, der ist ja auch noch dabei. Ma. Tja. Wir können ja nach den Leuten gucken, wenn die da sind. Und... Hier, Clem. Wollt ihr ein paar Batterien? Fährt walkie talkie, du hast. Hey, Lee. Wann kommt jetzt? Wann kommt jetzt? Wann ist da drauf? Da ist bestimmt die Tussi, die da erschossen wurde. Ich fahre mich außerhalb der Mauern und zeichnet ihr so im Boden rum. Jake, Bart, Linda, und all y'all fucking dickos from the save lots. They call y'all bandits, but you're fucking riefing what? Oh, darling baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits catch you, will we? Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Huh? When did you lose her? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. You're all thinking you're safe. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you've got to be afraid of. The people I used to call friends. The people who do... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Oh, die Kranke, ey. Aber die ist ja tot. Deshalb endet die Episode. Wenn sie jetzt endet, gar noch nimm was mit dem Cliffhanger. Ah, okay. Sie endet. Gut. Und dann unterbreche ich auch mal hier die Aufnahme und sag, hoffe euch hat's gefallen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare und ich sage einfach mal, bis zu Episode 3. Tschüss. Nicht so wie du hörst zu einem verdammten Wort, was ich sage. Ich lasse das natürlich noch laufen. Ich hab' dir gesagt, diese Stadt ist tappt. Hast du eine Idee, was wir tun mussten, um all das alles zu bekommen? Wir müssen gehen. Duck fragte uns über die Farbe letzte Nacht. Nicht so viele Phasen. Ich habe angefangen zu erhöhen. Ich muss auf die Koste gehen. Geh' ihn aus. Geh' ihn aus. Das ist nicht so gut, oder? Du hast ihren Vater getötet. Ich habe, was ich hatte, und du kennst es. Vielleicht haben die Leute, die da drin sind, aber besser als uns. Es könnten Leute sein, die all diese Scheiße herausfinden haben. Die Leute sind verrückt, wenn sie Angst haben? Manchmal, ja, sie sind. Du bist so voll von Bullshit! Ich bin derjenige, der dieses Grupp zu halten! Wir können alles auslesen, okay? Wir können alles auslesen! Ich werde dir sagen, was wir auslesen müssen. Wir können nicht einen Person das für alle anderen lassen! Längstes Strafvieh-Eck, äh, voraus. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao!